Er hatte doch mal eigenen Comedy-Content, wo er den Dorfjungen gespielt hat und dann den Rich-Kid und sowas alles. Aber hör mal, was ist denn da passiert? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren entspannten Reaktion auf diesem Kanal. Wir schauen uns heute etwas hoffentlich wirklich Entspanntes an. Es ist ein Video von CEO und er wurde mir persönlich empfohlen unter dem, ich meine vorletzten Video, wo ich so ein bisschen gefragt habe, was denn positiverer Content wäre, auf den wir zusammen reagieren können. Aber dann war sein jetzt doch neuestes Video wahrscheinlich doch ein etwas negativeres Video, aber in seinem durchaus positiven Stil. Deswegen werden wir uns das trotzdem anschauen und ich bin ziemlich gespannt, weil ich kenne nämlich noch die Person, die hier in dem Video anscheinend thematisiert wird. Es geht um Finel, Finel und er hat zur damaligen Zeit so klitschi-klatschi-funny-Content auf TikTok gemacht und folgte mir sogar auf TikTok, wo mein Hauptaccount noch online war, was mich damals ein bisschen verwirrt hat. Ich habe es anerkannt, cool, okay, war super. Mir ist auch eher Anwalt mal eine Zeit lang gefolgt. Und ja, hat man dann so angenommen. Ich wusste halt nur nicht so wirklich, wieso, weshalb und warum. Ich glaube, ich hatte ihn mal gestitcht und thematisiert und danach ist er mir dann gefolgt. Keine Ahnung, ob er die Videos auch wirklich alle verfolgt hat oder nicht, die ihm dann vorgesetzt worden sind auf seiner For You. Aber das ist ein Thema für sich und jetzt wahrscheinlich hier auch nicht sonderlich relevant. Gehe mir jetzt erstmal das Thema rein. So fake sind die Videos von Finel. Finel. Ich bin gespannt. Leute, kennt ihr eigentlich schon den TikToker Finel? Wie viel Geld hast du auf deinem Konto? 50 Euro auf deinem Konto. 50 Euro und du? Nein, nur 10. Alleine die Aufmache ist schon irgendwie strange, wenn man jetzt hier von der Commerzbank und von der Sparkasse diese aktuellen Kontostanddinger reinblättert, dann ist es selbstverständlich. Also das ist schon auf jeden Fall fake. Erstens aus reiner Logik her, du kannst keinen Screenshot machen, die Schriftart und so. Aber da müssen wir auch, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ich glaube nur, dass manche Zuschauer das doch abkaufen. So, oh ja, hier, da wird der Kontostand noch angezeigt und so. Aber gut, die Feinheiten, das sind jetzt nur Feinheiten. Dann würde ich etwas kaufen im Wert bis zu 60 Euro. Es sei denn, ihr folgt mir, dann verdoppel ich das Ganze. Äh, ja, ich folge Watsche. Okay, also der Typ verdoppelt angeblich bei random Personen den Kontostand. Okay, aber dann muss ja auch regelmäßig sowas passieren. Na, und wie viel Geld hast du auf dem Konto? 970.000, wieso? Nur so. Und wie viel Geld hast du auf deinem Konto? Äh, minus 50, wieso? Okay, dann verdoppel ich das Ganze auf minus 100. Also, gib einfach 50, sind wir quitt. Okay, es war doch schön, sich mal so ein Video anzuschauen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass die meisten Zuschauer auf meinem Kanal eher die ruhigeren Beiträge bevorzugen. Aber wir machen ja was Ruhiges draus. Und ich denke mal, für alle ist es gesund, mal ab und zu ein bisschen zu lachen. Doch Leute, das Ding ist, diese Videos funktionieren einwandfrei. In den Kommentaren nur kranker Lob, wie nett es doch ist, einfach Geld zu verschenken. Dabei macht er ja nicht nur das. Folgst du Finne? Ja. Echt jetzt? Zeig mal ja. Ja, dankeschön. Das heißt, ich schenke dir jetzt diese Airpods, bitteschön. Oh, was? Weil du mir folgst, bekommst du von mir diese Airpods dir geschenkt. Danke. Wie random ist das? Also, ich kenne ihn noch mit anderem Content. Der war sogar mal hier in der Nähe. Wir haben hier oben so ein altes Schloss. Und da hatte er mal ein Video aufgenommen. Ich glaube, irgendwie mit seinem neuen Lied und Kombination Reich-Thema. Und der hatte doch mal eigenen Comedy-Content, wo er den Dorfjungen gespielt hat und dann den Rich-Kid und sowas alles. Aber hör mal, was ist denn da passiert? Ganz, ganz schlimm. Also der, ich bin jetzt echt schon lange nicht mehr auf TikTok aktiv und sehe ihn deswegen auch nicht mehr. Aber das ist ja abgefuckt. Das sind deine Airpods. Ehrlich jetzt, Digga. Das war's. Ey, ich danke dir. Das sind deine Airpods. Wirklich? Ja. Airpods. Vor allem, wie teuer sind denn diese, ich kenne mich da null aus. Ich habe jetzt hier meine Standard-Kopfhörer. Ich habe noch irgendwo hier rumliegen noch die mit Funk. Alles voll cool. Ich weiß nur, dass diese Airpods sehr, sehr teuer sind. Die kann man ja nicht einfach so wie warme Semmeln verschenken. Und auf TikTok jetzt präsent zu sein, Influenced auf TikTok zu sein, ist ja mitunter nicht so ertragreich wie auf YouTube und Insta. Wobei ich auch nicht weiß, wie hoch sein Following auf den jeweiligen Plattformen ist. Sind das immer dieselben Airpods? Das wäre richtig traurig, oder? Wenn man den Leuten, also das wird ja hier so dargestellt, deswegen fiktiv gehe ich jetzt mal so ein bisschen ins Thema rein. Wenn man den Leuten so sagt, ja, machst du mal beim Video mit, dann gebe ich dir 50 Euro. Also wirklich eine echte Bezahlung. Und wir tun dann so, als würde ich die Airpods geben. Ist okay, ist cool, ist cool. Okay, 50 Euro hier, 50 Euro da und dann gib ihm. Das wäre für mich jetzt der Fall von, er faked seine Videos. Das wäre reudig. Würde ich auch. Alter, wie viele Airpods hat dieser Typ? Ich meine, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Es gibt unzählige Videos davon. Also entweder hat er davon ein ganzes Lager voll, oder er macht es halt irgendwie anders. Hey, hast du schon CEO auf YouTube abonniert? Ja schon, wieso? Sau geil, dann schenke ich dir hier brandneue Airpods. Was ist denn? Ich habe kein iPhone. Egal ob Handy, eine Nintendo Switch oder Pokémon Karten. Finnl verschenkt einfach alles und jedem etwas. Hauptsache, man hat ihn abonniert. Und mit diesem Content hat er schon einige Millionen Abonnenten generiert. Ja, nicht nur mit dem, da muss ich ihn jetzt so ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat auch mal echten Comedy-Content gemacht. Und ich finde es massiv traurig, dass er in diese Richtung abgerutscht ist. Ich weiß, das machen auch viele amerikanischsprachige oder englischsprachige YouTube- und TikTok-Kanäle mit diesem Verschenken. Das ist auch ein Aufruf zur Aktivität in den Kommentarbereichen und hat auch ein gewisses Schema dahinter. Das funktioniert mitunter auch relativ gut. Und MrBeast ist ja auch ein relativ gutes Beispiel. Der verschenkt ja auch, ne? Wie warme Semmeln. Hier geht was, da geht was. Hier geht alles was. In TV-Shows gibt es das auch, dass Sachen verschenkt werden und es zum Content wird. Aber das so zu machen und diese Entwicklung hinzulegen, finde ich ein bisschen sad, ganz ehrlich. Er hat es mal besser gemacht. Alter, jetzt reicht es aber. Wenn du schon irgendwelche Anspielungen machst, dass irgendwas gefakt sein könnte, dann musst du wenigstens die Eier haben und das beweisen. Habibi, ich bin mit Eiern gebogen. Ich habe die größten Eier, die du je gesehen hast. Okay. Als ich so über seine YouTube-Shorts gescrollt habe, habe ich ein Video entdeckt mit dem Namen... Okay, er ist auch auf YouTube-Shorts. Dann sollte ich aufpassen, weil da bin ich auch unterwegs. ...Dieter Bohlen hat meinen Song gehört mit zwei Millionen Aufrufen. Mein erster Gedanke war dann so, nee, hat er sicher nicht. Ich meine, Dieter Bohlen interessiert sich einen Scheißdreck für irgendwelche Inter-Dullis wie wir. Aber am Ende, vielleicht stimmt es ja doch, schauen wir doch mal rein. Dieter Bohlen hat einfach meinen Song angehört. Ich habe ihm einfach gestern eine Nachricht gesendet und vor ein paar Stunden kam diese Sprachnachricht zurück. Ich finde also, du hast eben ziemlich schwach angefangen, aber dann mit der Zeit eben noch stärker nachgelassen. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Doch. Gut, die Audio kommt aus einem anderen Bereich und wurde auch... Ja, ich weiß nicht mehr, bei welchen Kandidaten das bei DSDS war, aber jeder hat die Szene gehört. Wie entspricht diese auch der Wahrheit? Nun, wir können sie mal ganz schnell aufwendig recherchieren. Mal sehen, was wir da so herausfinden können. Ich finde also, du hast eben ziemlich schwach angefangen. Ich finde also, du hast eben ziemlich schwach angefangen. Du wurdest von mir jetzt gefickt, Alter. Oh gut, das ist noch kein Beweis dafür, dass er die AirPods nicht wirklich verschenkt. Oh nein! Ja, lass halt ein D-Abo da, mein Gott. Leute, mir fällt gerade auf, das Video ist tatsächlich schon fast ein Jahr alt und bezieht sich auf das alte Musikvideo. Aber ist egal, es gibt das Prinzip. Doch, das war erst der Anfang. Doch, Leute, an der Stelle habe ich mal wieder einen richtig geilen Einspieler für euch. Ich habe mir jetzt zumindest sehr viel Mühe gegeben. Mein Gott, Igor, das gibt es doch nicht. Jetzt haben wir schon sechs Milliarden Wollt in diesen Blödkopf reingejagt und immer noch lebt er nicht. Was soll man nur tun? Haben Sie schon hiermit versucht, Meister? Igor, was ist das denn? Auch wieder so ein Gaming-Booster, ne? Das ist der Adventskalender von Just Legends. Da ist alles drin, was einen ins Leben zurückboostert. Was, ist es nicht noch ein bisschen zu früh für einen Adventskalender? Das ist es bei euch jetzt mittlerweile auch so. Hier bei uns im Penny. Ich meine, ich bin selber so ein Halunke. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so ein Halunke seid. Kauft ihr euch auch die Weihnachtsartikel vor Weihnachten? Ich habe jetzt so ein kleines Päckchen. Ja, ich erkenne mich als schuldig an. So ein kleines Päckchen Lebkuchenherzen mit Marmeladefüllung. Das erweckt in mir Kindheitserinnerungen. Es ist einfach schön, wenn man die dann isst. Du isst dann auch nur eine Packung und dann ist es auch wieder gut. Aber du isst die und bekommst dann diese Memories. Es ist echt was Schönes. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so? Also mit Spekulatius vielleicht oder mit Lebkuchen? Nur das mit den Adventskalendern checke ich nicht ganz. Also die gibt es bei uns im Penny jetzt auch schon. Adventskalender von unterschiedlichen Herstellern. Fragt man sich, wieso? Auch in anderen Läden habe ich das gesehen. Wo ich mir echt denke, das ist ziemlich früh. Und jetzt hier bei Just Legends. Das ist glaube ich ein Gaming-Booster. Dann hast du dann jeden Tag deine Dosis parat. Ist doch schön. Nein, gerade im September bekommt man doch den Early-Bird-Rabatt von 5 beziehungsweise 10 Euro. Igor, du Gottverdammte Genie! Aber mal so eine Frage, was ist denn da eigentlich drin? Ach, ein großer exklusiver Weihnacht... Ja, es ist so ein Booster-Ding. Halt ich nicht so viel von. Ist nicht meine Welt. Trink Kaffee. Trink Kaffee und esst Haferflocken. Und zu mir selber. Trink weniger Energy-Trinks und kauf dir auf keinen Fall irgendwelche Booster. Nicht so tief in dieses Thema eintauchen. Der Körper braucht nicht so viel Koffein. Kann nicht so viel Koffein aufnehmen. Und die Wirkung, die du irgendwann hast, mündet nur noch darin, dass du Kopfschmerzen bekommst, hibbelig bist und deine Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Beschreibung perfekt, um das ganze Sortiment von Just Legends mal auszutesten. Okidoki. Okay Leute, kommen wir jetzt aber zurück zu Finnel. Phil Lorenz wurde am 28. Oktober 2004 geboren. Also ist er gerade mal 18 Jahre alt. Respekt an der Stelle. In dem Alter habe ich gerade mal meine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Und was wahrscheinlich auch besser ist, dass man in dem Alter eine Ausbildung abschließt und nicht Influencer ist. Aber gut. Man weiß ja nicht. Eventuell ist es ein sehr, sehr zukunftssicherer Job. Influencer. Und ich weiß aber nicht. Für mich ist es so ein... Man hat alles und man hat nichts. Man verdient vielleicht eine gewisse Zeit lang richtig viel Geld. Er kann sich etablieren. Irgendwann süfft man dann ab, weil dann kommen dann die Nächsten nach. Die Nächsten nach oder eine neue Plattform und deine Plattform ist nicht mehr up to date. Und dann bist du auch weg vom Fenster. Ihr versteht, was ich meine. Und dann bist du dann vielleicht so mit 20er, mit 30er im besten Falle. Und hast dein ganzes Leben ausgerichtet auf Social Media und dieses Zeug halt eben. Dann findest du ja potenziell nur noch schwer Anschluss in der normalen Arbeitsgesellschaft. Also zumindest habe ich die Befürchtung, wenn ich jetzt so mir das mal durchdenke. Wenn es bei mir so wäre. Was es nicht ist. Zum Glück. Weil, ich weiß nicht. Es hört sich jetzt irgendwie nicht so richtig nett an, aber echte Arbeit zählt für mich da irgendwie mehr. Wie dieses ganze Internetding. Gott. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt. Ich bin einfach zu alt und zu vorsichtig. Jeder kommt genau wie ich. Auch aus einem Dorf nähe München. Aber was ist mit seinen Inhalten? Sind die alle einfach nur Käse? Oder ist doch hier und da, ja, manche Sachen doch irgendwie real? Nun, das kann man natürlich nicht ganz genau sagen. Aber es gibt tatsächlich Making-of-Aufnahmen auf YouTube zu finden. Bei denen kann man gut sehen, dass die Passanten schon vorher Bescheid wissen. Also die werden nicht irgendwie random angesprochen. Die sind da schon drauf vorbereitet. Folgst du, Finne? Ja. Ja, folgst du? Ja. Zeig mal her. Ah, ja. Na gut, es ist doch auch schon mal positiv anzumerken, dass es zumindest auf den Kund gibt, dass das alles gescriptet ist. Hat er schon mal was. Perfekt, alles klar, Dankeschön. Als nächstes Dankeschön bekommst du von mir. Wäre jetzt so witzig, wenn er dann in dem Video, was wir jetzt noch sehen, was von ihm selber ist, dann so mitbekommen, so, ja, gib mal wieder her. Damit glaube ich nicht. Sekunde. Was ja auch Sinn macht, man muss sich ja das Einverständnis einholen, man darf ja nicht einfach so Passanten filmen. Trotzdem, wenn er mein Kumpel wäre und trotzdem, wenn er richtig viel Geld und alles drum dran hat, ich würde ihm einen auf die Backen geben dafür, dass er da die dicken Scheine einfach so in der Jackentasche mit sich trägt. Das gehört sich einfach nicht. Du weißt ganz genau, was passieren kann, holst dir ein paar Scheine, ist ja eben sogar fast passiert, ne? Holst dir ein paar Scheinchen raus, auf einmal kommt ein Windstoß und flubbidiup, hast du dann jede Menge Geld auf der Straße. Leute, die sich freuen und Leute, die sich kloppen. Das muss nicht sein. Ne, auch, ich bin, ich bin zu alt. Also ich würde auf keinen Fall so viel Geld einfach in die Jacke reinstopfen. Auch wenn ich vorhabe, das dann zu verschenken. Das ist mein neuer Song. Ey, du bist doch Finne, Dorfkinder, gell? Da hat jemand Schauspielerei auf mich bestellt. Aber natürlich gibt es auch Szenen, die echt wirken sollen, aber halt definitiv nicht sind. Folgst du, Finne? Nee, ich hab schon Airpods. Das hier ist zum Beispiel eine TikTok-Kollegin, mit der ja auch immer wieder mal was drehen. Hey, mein neuer Song Dorfkinder ist jetzt draußen. Okay, wen juckt's? Naja, ich hab gedacht, vielleicht willst du ihn streamen. Ich soll einen Dorfkinder-Song streamen? Das ist cringe. Aber sonst gehen doch die Songs immer um Geld und dicke Autos. Echt? Also die Songs, die ich so höre, da geht's meistens um... ...aber auch manchmal um... ...und dann auch... ...aber als Unwissender wirkt das nicht so. Man hat eher das Gefühl, das war einfach irgendeine random Person. Folgst du, Finne? Was ist das? Folgst du mir? Was machst du? Nichts eigentlich. Gut, weitermachen. By the way, glaube ich nicht, wie manch andere, dass alles fake ist und nie eine Person irgendwas geschenkt bekommen hat, weil ich denke, das würde halt schon rauskommen, oder? Auf Wikipedia steht zumindest, dass er einem Kinderhospiz auch schon mal Geschenke gespendet hat. Von daher ist es vollkommen egal, was man jetzt von ihm halten mag. Eine gute Tat bleibt eine gute Tat. Von daher, Props an der Stelle. Nur dann habe ich halt auch wieder Sketche gesehen, wie halt diesen hier. Hey, du bist mega hübsch. Ich weiß. Willst du vielleicht auf ein Date mit mir? Hast du ein Haus? Nein, leider nicht. Hast du wenigstens ein Auto? Also ich nicht, aber mein Papa hat eins. Kannst du mir die neue Bratatasche kaufen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Was willst du dann von mir? Ich habe einen Freund. Oh, du hast nur ein... Die Frisur ist echt so ein Ding, ne? Ich achte ja wenig auf Menschen jetzt so in der Stadt, wenn ich rumlaufe. Eher so auf die Gesichter, Gesichtsausdrücke. Das ist mir heute, wir waren heute in der Stadt auch wieder aufgefallen. Es war ein sehr, sehr negativer Tag. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen sich gegenseitig mit ihren Emotionen anstecken, wenn sie in der Stadt rumlaufen. Also wenn einer, jetzt überspitzt, wenn einer mit einer richtig miesen Mimik rumläuft und schaut dann zehn Leute an und wird von zehn Leuten angeschaut, steckt er damit im besten Falle fünf, sechs Lötchen an. Die gucken dann auch wiederum negativ und so überträgt sich das immer weiter. Also dieses Gesamtgefühl, was ich heute da mitbekommen habe in der Stadt, das war echt sehr, sehr negativ geprägt, ne? Aber jetzt nochmal, um aufs Thema drauf zu kommen, auch wenn ich ab und an mal auf die Frisuren achte, viele Jungs laufen heute mit dieser Frisur rum. Gut, ich kann da nicht mitreden, ich habe keine Frisur mehr in diesem Sinne. Bei mir haben sie sich schon verabschiedet. Ich weiß nicht, ich finde es halt nur ein bisschen komisch. Also ich hatte früher Locken und mochte sie nicht so richtig und heute hat jeder irgendwie Locken. Ich glaube, wenn ich heute jung wäre, wäre ich der Coolste. Mit den Naturlocken. Eine Sache falsch verstanden. Ich habe kein Haus. Ich habe eine Villa. Ich habe kein Auto. Ich habe ein Autohaus voller Ferraris. Und Prada ist mir viel zu billig. Oh, wenn es so ist, willst du vielleicht doch mit mir auf ein Date gehen? Nein, lass mal. Auf geldgeile Menschen wie dich habe ich echt keine Lust. Oh, ich habe dir doch gesagt, sie ist nur auf dein Geld. Oh, du hattest absolut recht. Okay, ich hoffe, dass alle verstehen, dass es nur ein Joke ist und dass es kaum was mit der Realität zu tun hat. Respekt an Finnel, wie er sie hops genommen hat. Oh je. Na gut, das ist ein allgemeines Problem von der Plattform TikTok. Das kann man aber auch in gewissen Teilen übertragen auf die junge Zeit von YouTube, wo da dann auch die Außenseiter für wahre Münze genommen worden sind. Oder irgendwelche Kruselgeschichten für wahre Münze genommen worden sind. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass die Zuschauerschaft auf TikTok zu großen Teilen aus sehr, sehr jungen Leuten zusammengesetzt ist, die das Ganze noch nicht richtig reflektieren können oder wollen. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen die Fiktion hochleben. Würde ich jetzt nicht so, nicht so hart darauf eingehen, tatsächlich. Bin ich ganz ehrlich. Wir waren alle mal jung. Vielleicht die Leute, die nicht mit Social Media aufgewachsen sind, die haben dann andere Fiktionen richtig hochgelebt. Und für wahre Münze gehalten. Ich meine, ich habe mitunter sehr, sehr lange an den Nikolaus geklaut. Und auch an den Osterhasen. Vielleicht kann man das so ein bisschen damit übertragen. Auf die jetzige Wahrnehmung von gewissen Social Media Beiträgen. Es gab ja auch, ist doch gar nicht so lange her, sehr, sehr viele Menschen, die gedacht haben, dass der Content von einem Leon Marsha oder einem ApoRed, dem echten, R.E.D., dass das alles echt ist. Obwohl es das ja nicht war. Man kann es vergleichen mit den Beiträgen auf RTL 2, wo dann Berlin Tag und Nacht irgendwas gespielt und inszeniert wird. Die Leute denken da auch, es sei echt. Ist ein insgesamtes Problem von Medienkompetenz. Alter, das war nicht echt. Das war doch nur ein Sketch. Du zeigst der Welt, wie falsch die Liebe ist. Und dafür bin ich dir dankbar. Alter, was? Was? Nein. Und jetzt alle Mädchen. Ich bin nicht so eine. Ach komm. Nur die Charakterzelle. Nein. Das ist jetzt geil. Leon Marsha. Mit diesen gefakten Golddigger-Pranks zeigen, dass Frauen alles nur materialistische Missstücke sind. Und das war damals schon Unsinn. Und jetzt, acht Jahre später, ist es immer noch Unsinn. Ja, aber Theo, du darfst jetzt nicht die Videos von einem Leon Marsha mit denen von dem Finnel da vergleichen. Weil der Leon, der hat das wirklich so dargestellt, als sei das alles echt. Und da konnte man mit einer etwas getrübten Wahrnehmung auch drauf reinfallen, weil es so inszeniert war. Es war auch so aufgebaut wie ein Experiment und wir zeigen euch und Pipapo und das von Finnel wäre jetzt mit Augen zusammendrücken, wäre es ein schlechter Sketch, ein schlechter Witz. Und da fallen dann wirklich nur ein paar Leutchen drauf rein. Aber ich glaube nicht, dass er die Absicht hatte, dass Leute wirklich denken, dass es echt ist. Sondern da liegt das Problem bei der Zuschauerschaft. Und bei Leon Marsha, da war das Problem beim Produzenten und bei der Zuschauerschaft. Das muss man schon ein bisschen differenzieren. Also wenn er das jetzt mit auf eine Stufe setzt, fühle ich das nicht ganz. Natürlich gibt es immer materialistische Menschen, ganz klar, aber halt bei weitem nicht so viele, wie vielleicht unerfahrene Menschen jetzt denken. Ich habe zumindest das Gefühl, dass Frauenhass momentan gerade bei jüngeren Leuten wieder etwas stärker wird und solche Sketche helfen halt da wirklich nicht. Allerdings macht Finnel jetzt auch noch Musik und auch hier will ich fair bleiben. Die klingt tatsächlich ziemlich gut, also gut produziert, abgemischt, alles drum und dran. Auch bei den Musikvideos merkt man, okay, da hat man gut Geld reingeballert. Und eines der Promo-TikTok-Videos haben wir uns ja schon mal bei CEO und das Internet angeschaut. Das war schon interessant. Allerdings gibt es von solchen Videos noch viele weitere. Gerade kam eine Bestellung von Tim und ich würde sagen, die bringen wir ihm jetzt persönlich vorbei. Ich muss leise sein, denn Tim weiß noch gar nicht, dass ich komme. Frage, wenn du leise sein musst, warum klingelst du dann? Und warum ist die Kameraperspektive dann von in dem Haus gefilmt, wo du gerade geklingelt hast und, und, und. Ja, uns fällt das auf und es fällt auch vielen anderen Leuten auf. Und es gibt ein paar Leutchen mitunter, ich, ich stelle die Vermutung noch mal in den Raum, die sind halt nun mal einfach noch sehr jung und denken, das ist alles echt. Und das sei schön und toll und super, wie du das machst. Aber ich sehe da keine potenzielle Gefahr und nichts Schlimmes und nichts Schlechtes, solange es nicht noch weiter abdriftet. Das hier ist eine Phase von, von Menschen, die sich den Content geben, irgendwann darüber nachdenken, reflektieren, sich denken, also, ach, er hat damals die Zeit mit dem da auf, oder vielleicht vergessen sie es auch komplett, aber es hat keine negativen Auswirkungen. Und ich glaube auch nicht, dass er mit dem anderen Sketch-Beitrag irgendwie aktiv versucht hat, das Bild der Frau ins Negative zu rücken. Dass alle ja nur Geld wollen. Hey, Finnel, der Tim wartet schon auf der Couch. Perfekt. Und wie hat es der Kameramann schon die Wohnung geschafft, um einen Gegenshot zu drehen? Ich meine, das sind locker drei, vier Einstellungen, ich meine, das dauert, klar, vielleicht auch nur vier Minuten, aber trotzdem bekommt Tim das nicht mit. Aber gut, hoffentlich klappt ja trotzdem die Überraschung. Hi. Hi. Du bist Tim? Ja. Ey, super, aber ist Tim jetzt überrascht, Finnel zu sehen, oder ist es eher... Mama, warum werde ich denn plötzlich von so einem Kameramann gefilmt? Wer hat da das Crack gerauft? Ich bin in Bayern und werde heute meine Zuschauerin Isabel besuchen. Macht denn der da? Wer ist denn das? Das ist Finnel von TikTok. Hi. Ui, das ist ja praktisch, dass ihr schon... Also er drückt jetzt wirklich mit dem Finger in den Schmerz rein, das ist schon witzig. Ansteckmikros dranhaben. Habe ich extra für dich ein eigenes MacBook besorgt. Das ist jetzt deins, bitteschön. Das ist dein Ernst? Das ist mein Ernst, ja. Oh mein Gott, danke. Okay, man hat jetzt die Übergabe gedreht und dann von beiden Seiten nochmal ein Reaction-Shot. Ist das nicht ein bisschen komisch? Und jetzt bitte Danke sagen. Danke. Okay, nochmal mit ein bisschen mehr Lächeln. Danke. Perfekt, 30 Minuten Raucherpause, Leute. Willst du mich verblöd verkaufen? Was an sich alles überhaupt nicht schlimm ist, aber für mich beim Konsumieren kommt halt alles immer so ein bisschen gestellt und halt nicht wirklich echt rüber. Ah, Dorfkinder? Krass, okay, du kennst den schon. Ich finde das Musikvideo auch mega nice. Hier ist mir die CD. Boah, ich liebe das Musikvideo. Vielleicht bin ich an der Stelle auch übel der Skeptiker, aber mir kommt das halt so vor, als hätte man halt da vorher gesagt, kannst du kurz sagen, dass das Musikvideo auch gut war? Weil viele hören es nur auf Spotify und ich hätte schon noch gerne ein paar Klicks auf YouTube. Und am Ende, finde das Rad nicht neu. Es gibt ja super viele, die irgendwelche Sachen auf TikTok verschenken. Und das, was gestellt ist, ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Das ist ja auch fast schon gang und gäbe auf dieser Plattform. Nur merke ich halt, dass viele Zuschauer das gar nicht verstehen und alles immer für echt halten. Und dann bei gewissen Sketchen. Und Theo, da muss die Schule greifen. Hört sich jetzt blöd an und auch wieder eine große Anforderung an unser Schulsystem. Ja, ich weiß. Ich gehe auch davon aus, dass viele noch diese Projektoren im Klassenraum stehen haben, so wie ich sie damals noch im Klassenraum habe stehen haben. Da müssen wir weiterkommen. Medienkompetenz, unglaublich wichtig. Und da gehört es halt auch dazu, kritisch über solchen Content zu reden. Dafür brauchen wir junge Lehrkräfte oder Lehrkräfte, die sich im Alter noch weiterbilden möchten. Es ist ein großes Problem, weil das kann man dann, wir gehen jetzt hier aus diesem seichten Fahrwasser raus, das, was alles für mich unproblematisch ist. Ob jetzt ein ApoRed ein Prank macht, ob ein Leon Marsher sich ein Böller auf den Boden schmeißt und sich dann dahinter schmeißt und so tut, als wäre er erschossen worden. Und ein Passant läuft weg, mit dem das wahrscheinlich im Vorhinein auch besprochen worden ist. Alles tippie, alles gut. Und gefährlich wird es ab dem Moment, wo man über das Internet versucht, Leute beispielsweise von einem gewissen System zu überzeugen, mit dem sie unendlich viel Geld verdienen können. Weil die sind ja dann vorher schon geprimed worden durch die ganzen anderen Fake-Inhalte, dass das, was da verkauft wird, sei es jetzt ein Sketch oder halt eben ein Produkt, dass sie das glauben, dass sie das übernehmen, weil das, was im Internet gesprochen wird, ist ja irgendwie auch die Wahrheit. Sie müssen einfach skeptisch werden. Skeptisch im Umgang mit modernen Medien. Und da sehe ich auch ein bisschen unseren Auftrag. Gut, ich weiß, bei mir ist die Zuschauerschaft lebenserfahren zu großen Teilen. Oder insgesamt gehe ich auch davon aus, dass ihr alle so ein bisschen skeptisch unterwegs seid. Ihr würdet sowas nicht glauben. Bei einem CEO bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube, seine Zuschauerschaft ist noch etwas jünger und sucht auch noch den Spaß und die Energie und alles drum und dran. Da wäre das für dich ein perfekter Auftrag, so etwas zu vermitteln, so etwas kritisch zu hinterfragen in der Gesamtheit. Und das dann auch von vorne bis hinten durch. Fang doch an mit diesen lustigen Sketch-Videos, die gestellt sind. Gehe rüber zu Pranks, die schon grenzwertig sind und auch grenzüberschreitend bezüglich aufs deutsche Gesetz. Was ja bei ApoRed und Leon Marsch ja auch schon passiert ist, bei dem Burger King Prank, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gehst du so langsam in die Richtung, wo die Content-Creator aus ihren Zuschauern Profit erwirtschaften wollen. Das ist für mich so ein Fahrweg, der durchgeht bis nach ganz hinten hin, wo das dunkle Loch anfängt. Wäre eine geile Sache. Würde ich feiern. Aber ich verstehe natürlich auch, dass ein YouTuber wie ein CEO sich halt eher auf ein Thema konzentriert, was dann auch gut präsentiert und abrufbar ist. Weil Finnel ist eine gewisse Persönlichkeit, die anscheinend auch auf YouTube eine hohe Beliebtheit genießt. Sogar dann irgendwie versuchen, irgendwelche Lehren daraus zu ziehen und ich denke mir nur so, alter, das ist alles nicht echt. Wer allerdings sagt, hey, was Finnel da macht, das kann ja jeder, also alle können mit sowas berühmt werden, der irrt sich da schon ein bisschen, weil du brauchst einmal halt eine sehr kraftvolle Stimme und halt auch irgendwie eine sehr positive, sympathische Ausstrahlung. Du brauchst ein gutes Team mit Equipment und letztendlich auch immer wieder mal ein paar neue Ideen. Und wenn man sich den Video-Output ansieht, das ist schon mehr Arbeit, als man denkt. Also ich glaube, der arbeitet in der Woche schon ordentlich viel. Er selbst sieht das Ganze, by the way, so. Also am Ende des Tages ist es vielleicht sogar egoistisch zu geben, weil ich denke da genauso an mich wie an die anderen. Ich habe da, glaube ich, genau dieselbe Freude. Von daher würde ich mich jetzt nicht als Gutmenschen oder so irgendwie bezeichnen. Und am Ende des Tages mache ich ja Content und wenn ich den Content damit verbinden kann, gleichzeitig was Gutes zu tun und gute Inhalte nach außen zu tragen, an eben diese große Reichweite, die ich ja irgendwo habe, mache ich das natürlich gerne. Für mich ist diese Art von Content einfach gar nichts, aber das ist auch nicht schlimm. Für den anderen scheint es ja wirklich sehr zu gefallen und da will ich kein Spielverderber sein. Nur hoffe ich halt, dass Finnel sich da immer ein Rahmen hält. Er darf halt nicht irgendwann mal einen Schritt zu weit gehen und Dinge faken, die dann wirklich nicht mehr okay sind. Okay, Rezo, aber ein Like wird jetzt schon da gelassen, oder nicht? Nee. Was? Warum nicht? Wegen deines Ho-Mes. Rezo! Ende! Nein, hier geht's schon ein bisschen weiter. Interessant, interessant. Machen wir gerade auf Seite. Interessante Kombination. Natürlich geben wir dem Video ein Like und abonnieren ihn auch nochmal hier über meinen Reaktionskanal. Auf meinem Hauptkanal habe ich ihn schon abonniert. Wow. Das war mal ein anderes Thema, das war mal ein anderer Themenbereich und es hat bei mir auch gewisse Denkanstöße gesetzt. Jetzt mal so ganz stumpf formuliert. Der Content, der von der neuen Generation Influencer gestaltet wird, orientiert sich für mich genommen an dem alten, bestehenden Content. Ich nehme ja immer diese zwei Beispielpersonen, ApoRed, Leon Marschall, die sind für mich am einprägsamsten aus der Szene gewesen. Sie sind ja heute nicht mehr so sonderlich aktiv und gefragt. Und die neue Generation setzt da dann so dieses i-Tüpfelchen drauf von positiven Content, damit der Content in sich schwerer kritisierbar ist. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich finde diesen Denkanstoß für sich nur interessant. Und vielleicht hilft es euch auch in dem Bereich da mal, wenn ihr das kritisch hinterfragen wollt, einfach mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Interessante Sache. Vielen lieben Dank für den Vorschlag, auch mal bei CEO vorbeizuschauen. Es war auf jeden Fall eine Bereicherung für mich. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Essthaferflocken und Zeit nett zueinander.